Moin moin Leute und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge von Dead Space. Wir sind letztens stehen geblieben, wir haben dieses fette Viech, das wir nicht töten können, eingefrohen in einer Kapsel und sind weitergelaufen und sind bei unseren Freunden angelangt. Und so geht's weiter, dazu. Isaac, ich scanne jetzt den Sektor. Er hat recht, da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager ab, weil ich bekomme keinen guten Scan. Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar. Sei bloß vorsichtig. Ja, das ist Aufgabe inaktiv. Aha. Wir müssen Atmosphäre stärken. Shit. Jetzt nimm kurz mal. Ja, warum ist du gar nicht groß? Oh, ich nehme die Kanäle, weil die ist für mich. Was ist das? Das ist die Tür zum Lebensmittellager, aber ich kann die Abschattung nicht aufheben. Du musst die Kapseln zerstören, damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht. Dann kannst du durchgehen und das Gift am Leviathan einsetzen. Was ist das denn hier alles? Oh shit. Ich muss da rein. Oh shit, Alter. Ja, hier. Oh, Spechen. Gut. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal gespeichert, ähm, vor dem Teil, das ich... eingefahren habe. Gehen erst mal da rein. Was gibt's denn hier schönes? Auch das gleiche. Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist, aber ich traue ihm nicht. Ich glaube, er verheimlicht etwas wegen des Markers. Verdammt, ich hasse das. Oh shit. Verheimnis. Warum stirbt denn nicht, man? Muss die wohl. Oh, er ist ja tot, endlich. Weil hier liegen so viele Leichen rum. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Werkbank. Hier ist eine Werkbank. Dann pampen wir mal weiter unsere Kanone. Zwei habe ich. Gut, gut. Plasma. Körte. So, was wollen wir denn pampen? Nachladen und Tempo kann ich allen machen jeweils. Aber ich will Kapazität. So, 16 Schuss. Das ist schön. Aber eben. Hm. Noch nicht. Doch. Bock, ist keine Heilung. So. Was ist das, Mann? Was gibt's denn hier schönes? Den wir nicht töten können, oder was? Das war doch der. Die Tür bleibt auf jeden Fall verschlossen. Ey, das war doch dieser. Den ich nicht töten kann. Oh, da nicht. Aber schön, eine Überraschung. Mich so erschrecken. Bleh. Da, eine Öffnung. Wissen. Credits. Credits, 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 credits. Immer diese Credits hier. Wo geht's denn da zum... So. Anbau. Kamm. Nach. Ost. So. So. So, weiter. Wir fahren kurz. Shit, ich kann nicht gucken, wo ich rauskomme. Oh, rechts, links. Mitte, glaube ich. Ja, Mitte. Was ist das? Okay, wir wissen es nicht. Aber wir weichen, dass es auf jeden Fall auskommt. Oh, nein, 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 nein. Was ist das? Stasis-Spec hab ich full? Scheiße. Scheiße. Was ist da? Was steht da? Ich kann nicht raunzoomen. Nicht gut. Egal, los geht's. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Ach, du scheiße, nicht der doch schon wieder. So. Oh shit. Wo ist der? Ah, den betäubig. Komm, 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 komm. Der hat's hingelegt, Mann, Mann. Sicher ist sicher. Jawoll. Ist ein Star-Spec verballert. Der muss eigentlich irgendwo aufladet sein. Das ist so. Wenn was mit Star-Spec geschossen wird, wird. Was auch wieder aufgeladen. Da, ah, da. Credits, 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 credits. Scheiße, ich hab' Platz. Ah, gut. Munition. Du, auf, ist richtig Bombe. Was ist das? Was mit B? Full. Nein. Ich kann ja einen nehmen. Shit. Geil, die gehen kurz zurück. Was gibt's denn jetzt hier noch zu tun? Hier sind so viele Gänge. Wie weiß, äh, doch, doch, wie weiß ich gar nicht. Ich will speichern. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Ich geh' von der anderen Seite. Oh. Oder? Hier ist so eine Tür. Ja, da. Ich geh' von der anderen Seite. Ich sehe gar nichts. What? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab da keine Luft drin, ne? Ach, das war er? Aha! Sie sind tot, wa? Ich kann gar nicht aufheben. Ich will hier rein, ich will hier rein. Gibt's gar nichts. Egal. Ich hab Nebenquests dafür, du weißt das auch wahr. Was ist das? Hm, den brauch ich gar nicht. Wir speichern, Leute. Was ist das? Nö, ne? Gibt's hier so viele Ebenen? Oh, das heißt nichts Gutes, wenn hier sowas ist. Pfff. Zu viel auf einmal. Lockbuch der Hydrostation, Dr. Cross. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerannt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich, aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mir weiß. Ich will speichern, verdammt nochmal. Ah, wenn man vom... Oh, hier. Wenn man von speichern spricht. Klatsch ist auch ein Speicherpunkt hier. Ich will nämlich merken. Okay. Du schießt, Pfein. requires mich überrasch. Ja, wir können nicht diese Cookie nehmen, aber wir können nicht weiter. Wir müssen alles verzichtet, aber ich muss nicht ständig. Ich habe nicht mehr geschmückt. Gutes, wie viele Leute zu werden. Ich bin dafür, sie überraschst, wie viele Leute, اللige Union zu werden. was das schluss wort ff ich wollte was holen verdammte kann ich gar nicht laufen naja ist ärgerlich was ist denn oh gold 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 ist wuchs shit muss ich ihn wegwerfen shit die schulden wir machen uns weiter auf den weg oh shit du wolltest mich da rein ziehen richtiger kerl was ist das hier spricht tempel stellvertretender chief engineer ich kam hier runter weil ich dr elizabeth cross suchte aber sie ist nicht hier eigentlich ist überhaupt niemand hier nur noch näher dieser organischen scheiße ich geh jetzt weiter zum schürfdeck das ist so ziemlich der einzige ort an dem ich noch nicht nachgesehen habe die das ist ja leute leider ist diese folge schon zu ende aber wir sehen uns vielleicht beim nächsten mal ciao